Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zu Lunacy St. Rodas. Das Ganze, was ich hier jetzt spielen werde, ist die Demo-Version einmal, die ich angefordert habe von dem Entwickler einmal. Das Spiel soll jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen und kann man aktuell vorbestellen für einen unschlagbaren Preis von 2,99 Euro oder generell kann man damit den Entwickler unterstützen. So, und bei Optionen, könnt ihr mal ganz kurz sehen, läuft nicht ganz so flüssig, deswegen auch ein bisschen runtergeschraubt, aber nicht weiter schlimm, so kann man das auch mal auf eine andere Art testen. So, und dann würden wir sagen, wir gehen mal auf New Game einmal. So, wenn man nämlich die Qualität ein bisschen runterschraubt, dann fallen uns nämlich auch einige Dinge auf, die vorher nicht auffallen. So, trotzdem, könnt ihr schon mal sehen, spielt sie trotzdem noch richtig gut aus, aber es ruckelt halt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. So, Taschenlampe. Ganz wichtig, in einem Horrorspiel eine Taschenlampe. Komplett düssere Umgebung. Aber eine Taschenlampe muss ja sein. So. Und was einem hier sofort auffällt. So, erstmal nochmal den Brief nehmen. Hey, Sweetie. Liebe Mom. Also wir sind der Junge halt, der in diesem Haus wohnt. Und wir sollen schlafen gehen, aber natürlich auch das Licht anlassen. Wir sind halt noch ein kleiner Junge. Und im Dunkeln haben wir ja gerne Angst. Und das natürlich auch, wenn es draußen sonnert. Hi, Heidi. Ich habe einen Faden verloren gerade. Hm? Richtig, auf geht die wilde Fahrte. So. Das Spiel erinnert mich ziemlich stark an Conjuring. Und ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal ans Bett einfach. Gucken uns natürlich erstmal noch ein bisschen unten um. Der erste Fehler, der auffällt, wenn man die Grafiken ein bisschen runterschraubt. Wir können keine Gegenstände bewegen oder aufnehmen oder wie auch immer, wenn die Taschenlampe an ist. Was natürlich in einer anderen Grafikeinstellung funktioniert, komischerweise. Das muss ich den Entwicklern nochmal schreiben. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man eine Tür nur im Dunkeln öffnen kann und nicht im Hellen. Das würde bei mir zu Hause auch ein bisschen komisch aussehen. Ausgepackt haben wir auch noch nicht ordentlich. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Wir sollen ja ins Bett gehen, wurde uns gesagt. Laut dem Brief von Mami. Deswegen schleiche ich mich mal den Treppen hoch einmal. Ja, das Haus ist ziemlich christlich gehalten. Und wir haben jetzt schon verstörende Bilder. Ja, also die Gesichter zuzuordnen jetzt, würde ich sagen, sie sind traurig. Und die Zettel und die Schlüssel, die jetzt im Haus drin sind, ich habe es natürlich vorher schon mal getestet, klar. Die Zettel und die Schlüssel, die im Haus verteilt sind, die sind komplett random. Das heißt, immer ist irgendwo was anderes und das ist schon mal ziemlich cool. Zum Beispiel, dieser Zettel, der lag vorher nämlich nicht da. Aber vielleicht war es auch der Geist, der in diesem Haus wohnt. Wenn hier überhaupt einer wohnt. Wir sollen ja ins Bett. Jetzt haben wir auch noch mal einen Zettel hier. Oh. Ah. Oh. So, hier sehen Sie mein wunderschönes Zimmer. Ich habe aufgeräumt. Kann man sehen, ne? Finde ich auch. Hier, ziemlich stylisch, alles so ein bisschen Altholz gehalten, ne? Ziemlich cool. So, hier ein bisschen Kragerlein. Oh, meine Pizza ist da. Wird doch mal langer Zeit hier. Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich muss bloß mal was gucken einmal. Ich habe hier doch irgendwo was hingelegt. Ist denn? Ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich habe doch hier irgendwo was hingelegt. Oh, egal. So, ähm. Genau, meine Pizza ist ja da. It's pizza time. Warte, warte, warte. Ich habe bloß noch mein Portemonnaie geholt. Hey. Hm. Scheint nicht der Pizzabrote gewesen zu sein. Okay. Solange wir im Haus sind, kann uns nichts passieren. Glaube ich jedenfalls. Wollen wir mal nach oben gehen einmal. Deswegen gehen wir auch sofort wieder im Zimmer zurück. Also, die war vorhin noch zu. Hm. Also, der bricht gerade einer unter die Tür ein. Oder wir sind doch nicht mehr so sicher. Hm. Hm. Okay. 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 Komisches Bild. Da ist ein Handabdruck drauf. Ich bin zu klein dafür. Ach. Das fällt mir auf den Kopf, ey. Ich habe mich erschla... Oh, ein Schlüssel. Lol. Wie gesagt, ich habe es bloß ein bisschen angespielt vorher. Aber den Schlüssel habe ich vorne nicht entdeckt. Gut. Ich habe das Bild auch nicht entdeckt vorher. Nur meinen Schlüssel mit jetzt. Ah. Wunderbar. Wie gesagt, ich kann leider nur gegen... ...Stände aufnehmen. Was war das? Also, entweder hat der Pizzabrote bis ins Haus geschafft. Aber warum soll der das machen? Das macht gar keinen Sinn. Oh, das ist etwas anderes. Oh, das ist etwas anderes. Auch nichts. Ich suche, ich suche, ich suche. Suche. Wer suchet, der findet doch, oder? Spüre einen leichten Hauch von Gänsehaut. Um die Intensivität des Spiels natürlich an Gänsehaut noch zu steigern, braucht ihr einfach nur eine Freundin, die euch ganz langsam am Arm so Gänsehaut verpasst. Das macht das Spiel auf jeden Fall gruseliger, wenn ihr gerade so schön vertieft seid. So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel erst mal. Aber ich suche nämlich noch was anderes. Nur ich wies jetzt gerade nicht. So. Ein kleiner Cut für zwischendurch. muss manchmal sein. So. Wie gesagt, der Fehler leider, wenn man das ein bisschen runterschraubt, ist, dass... Mann. Wenn... Kein gutes Geräusch, kein gutes Geräusch, kein gutes Geräusch. Ähm. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will keine Pizza mehr. Gehen Sie bitte weg. Okay. Also, das war bestimmt bloß ein Donner oder so oder. Also. Ihr wisst, was ich meine. Also, das war bestimmt nichts. Ich kippe das nicht auf. Ich kippe das nicht auf. Guck mal da. Mhm. Ach so. Ja. Das ist das. Der Hinweis. Mit dem Bild. Das haben wir ja schon gemacht. Aber ich sehe gerade auch. Okay. Mhm. Eine versteckte Tür hinter einem Schrank. Okay. Erstens brauchen wir sowieso den Schlüssel. Mach das mal weg jetzt. Meine Güter. Dann brauchen wir den Schlüssel. Den Schlüssel. Den Schlüssel. Warum hab ich den hingelegt? So. Und dann bin ich auch schon wieder. Ich hab den Schlüssel endlich gefunden. Nach ewigen langen Suchen. Und jetzt wollen wir mal in den Schlafzimmer der Mutti gehen. Ich hab den Schlüssel noch gar nicht benutzt. Hallo? Hallo? Das ist jetzt merkwürdig. Und das ja ist eine versteckte Tür hinter einem Schrank. Nämlich. Das was vorhin im Brief drin stand. Nämlich. Und ja. Wollen wir den Ding mal zur Seite schieben einmal. Wir sind zwar klein. Aber oho. Und. Ne. Also. Legt euch nicht an. Mit so einem kleinen Derm. Huckepuck. Schlossgespensthaus lebte. So. Was für bezieht sich hinter dieser Tür? Ah. Puppen. Ich mag keine Puppen. Das erinnert mich ja ziemlich doll an können, Jering. Ziemlich doll. Jetzt bei der Teil. Ist gar nicht gruselig. Hallo? Also können wir schon mal nicht aufheben. Okay. Tür ist auch zu. Wunderbar. Okay. Oh. Hier geht er. Oh. Äh. Äh. Hallo? Sir? Äh. Nein. Ich wollte Ihre Frau nicht angrabschen. Tut mir leid. Äh. Die Kräuze. Haben die. Haben sich von alleine Leine umgedreht. Hallo? Ja. Der hat wohl keine Lust mehr gehabt. Wir gehen mal lieber wieder raus. Tö. Tö. Also ich. Ja. Ich will raus. Hallo? Hä? Ach, eine Tür. Achso, da geht's raus. Bin ich zäger geworden, ne? Ach, warum nicht gleich so? So. Uh. Hallo. Seit wann ist hier ein Pädagramm auf dem Boden, ne? Das ist aber vorher, glaube ich, noch nicht da gewesen, ne? Glaube ich jedenfalls. Äh, ich glaube, wir sollen mal lieber aus dem Haus rausgehen, äh, weil... Warum klopft das? Gut, wir sind hier nicht mehr willkommen. Wo sollen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, wohin wir sollen. Geschlossen. Das ist noch abgeschlossen, okay? Das ist bestimmt wegen meiner Pizza, dass es später kommt. Mach das Telefon jetzt ab. Mach mal das. Hoppala. Oh, gleich wieder aufgelegt. Äh, verwählt. Tut mir leid. Der ist aber schnell. Oh, hallo. Äh, äh, hallo. Ihr seid ja so viele. Oh, 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 oh. Äh, Panic Room. Panic Room. Nein, wir nehmen keine Fremden auf. Trouble, äh, tut mir leid. So rum. Hopp. Wir wollen nichts kaufen. Bitte gehen Sie wieder weg. Ich gehe jetzt in den Panic Room. Woll, nur im Panic Room bin ich sicher. Vor anderen Dingern halt und so. Oh, die Puppe ist weg. Kein gutes Zeichen. Was ist, wenn Puppen verschwinden? Wo ist die Puppe hin? Oh, oh, oh. Hallo, hallo. Wer ist da? Hallo? Warum ist meine Taschenhabe so dunkel? Okay, hallo. Ich gehe lieber in die Hocke. Ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gemacht gerade. Vielleicht ist der Panic Room keine gute Idee gewesen. Da war irgendwas. Ja, sie ist nicht lieb, zu entdecken. War also keine gute Idee, wieder zurückzugehen in den Panic Room. Wollt in diesen Panic Room. Da habe ich leider Panik bekommen. Okay, doof gelaufen. So, und da sind wir auch schon wieder. Und das, was ich gerade erst mal gesehen habe, war das schlechte Ende. Falls es überhaupt ein gutes Ende geben wird, wir werden es sehen. So. Und ja, boah, mal gucken. Okay. Ja, die Türen sind immer noch alle verschlossener. Sehr gut. So, das heißt, wir werden mal wieder nach oben gehen. Ah, mal gucken. Ich höre was. Was ist das für ein Geräusch? Oh, da steht auch einer, sehe ich gerade. Keine gute Idee. Was ist mit der Typ überhaupt hier? Geht die nicht auf? Da steht er. Der guckt mit an. Und was war das gerade? Oh, die Tür ist aufgang. Und irgendwas ist da rausgekrabbelt. Okay. Geht die Tür jetzt auf? Hallo? Okay, alles klar. Das funktioniert also noch nicht. So, wir werden nochmal nach unten auch schon einmal. Wir müssen hier irgendwie raus... Okay, die Küchentür ist ja... Die Küchentür ist jetzt auf. Sehr gut. Oh, Schlüssel. Ganz ruhig. Da kommt er. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich einfach nicht. Oh, er hat mich gesehen. Oh, das ist die Küche schon mal nicht mehr sicher. Wir spielen die Musik. Wo kommt die Musik her? Ja. Zum Glück spielen sie das Lied nicht aus Insidious. Hallo? Das Kreuz war aber vorrichtig, oder? Wir sollten hier nicht sein. 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 Prozent Drittel 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 Wohrl so und wir können gerade nicht so erheben voll schönes Sofa um ich würde jemanden bei ihnen das ist ja gar nicht guckes Licht Goethe Lernens überhaupt nicht also für die 400 die reingehen soll aber sein soll noch was sollte schon passieren du sollst schon passieren es kann eigentlich nichts passieren also so kleine Schächte kenne ich noch aus dem film The Bye Bye Man, da gab es auch so einen kleinen Schacht, ich mag so eine kleine Schächte und so ein schönes Haus, so mit blutigen Wänden, finde ich voll cool immer. Es gibt auch gleich ein Gefühl der Sicherheit, nämlich. Oh, hallo, was ist das? Breach to Disse, okay. Alter von 22 Jahren, alles klar. Ja, bevor sie geheiratet haben, fünf Tage bevor sie geheiratet haben, okay. Hat sie ihn wohl? Achso, die Frau, okay, alles klar, also die Frau wurde als vermisst gemeldet und das fünf Tage bevor sie heiraten wollte, ne. Und ich glaube die Person, die wir gerade gesehen haben, ist die Frau, die ist mit 22 Jahren verschwunden, nämlich. Und da ist blutiger Handabdruck drauf. Okay, wir gehen mal lieber wieder raus. Ach, nö, ehrlich jetzt. Oh, Mann, ey. Ich höre Stimmen. Panik-Situation. Ich muss in Embryostellung gehen. Embryostellung aktiviert. Keine Embryostellung vorhandene. Nein. Ach, was soll schon passieren? Oh, oh, nein, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ich habe die vermisste, ich habe die Dings gefunden gerade, die, die ja vermisst war, hier mit 22. So, und das war es heute mit Lunacy, St. Rhodes. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken und kommentieren. Tut mir leid, dass das Spiel ein bisschen gehackt hat. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen gehackt hat zwischendurch, aber es hat generell die ganze Zeit gehackt, aber ist vollkommen egal. Hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gerne Video liken, kommentieren, unten rechts ist ein Abonnier-Button. Unten in der Videobeschreibung werde ich auch nochmal die Preview dazu verlinken, die schriftliche einmal, die ich dazu noch mal heute oder morgen anfertigen werde. Mal gucken, entweder ist sie da unten schon verlinkt oder ich werde sie noch verlinken. Ansonsten findet ihr das Ganze auch, gamingofban.jimdo.com, auch später das Ganze, meine eigene Homepage mit News und hat man nicht gesehen. So, und ich sage von euch, es ist immer schön flausig, immer schön flausig bleiben, viele Grüße aus, Make-up-for-Paw-Man. Und bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben und bis dann natürlich, immer schön weiter zocken. Also, reinhauen. Uh, Credits. Interessant. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020